und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmer steinbaus heute mal mit einem etwas anderen video denn ich habe eine mystery box gekauft eine mystery box auf aliexpress um genau zu sein und diese gab es in verschiedenen größen ich habe die 1000 gramm größe bestellt und das ist eine glück steine mystery box also es geht hier um klemmer steine und ich habe hier zumindest laut dem aliexpress verkäufer jetzt ein kilo klemmer steine drin und habe noch überhaupt keine ahnung was mich hier erwartet ich habe bei der packung wirklich einfach erst mal nur das etikett abgemacht damit die adresse nicht drauf ist und ich habe den polybag schon mal geöffnet aber selbst noch nicht rein geschaut und bin natürlich sehr gespannt was mich jetzt erwartet ob es sich dabei um ein ganzes set handelt oder um einfache einzelsteine und wenn es sich um ein set handelt hoffe ich natürlich dass wir kein set haben was eine eins zu eins kopie von einem anderen hersteller ist also keinen fake denn es wurde eigentlich extra in der beschreibung dieser mystery box reingeschrieben dass es sich hier nicht um fake steine handelt naja wie man den chinesen da vertrauen kann wir finden es heraus wir machen das ganze jetzt auf jeden fall auf und lassen uns überraschen was sich in dieser 25 euro ein kilo mystery box befindet ich greife einfach mal rein und das erste was ich heraus ziehe ist etwas sehr merkwürdiges denn das sieht so ein wenig wie eine toy story fake figur aus hat irgendwas von bass hieß er glaube ich aber irgendwie auch nicht und das hat auch nichts mit klemmbaustein zu tun ich würde sagen wir holen es einfach mal aus der tüte raus ich habe den rest von der tüte ja noch nicht gesehen aber ich habe das gefühl ich wurde hier abgezogen denn das hat über nichts mit klemmbaustein zu tun und davon abgesehen die qualität dieser ich nenne es mal action figur ist ja mal so grottig also der helm ist schon halb kaputt zumindest nicht wirklich geschlossen er ist so verkratzt und milchig dass man das gesicht der figur dadurch fast nicht erkennen kann die bemalung ist schrecklich auch für china verhältnisse also ich bin bei chinesischen sachen echt nicht pingelig manchmal aber das sieht wirklich richtig richtig schlecht aus wir haben auch überall an der figur noch farb und dreck reste und so wirklich beweglich ist die figur auch nicht wir haben kein ellenbogengelenk sondern nur das armgelenk und das auf beiden seiten und ich möchte jetzt keine schlechten assoziationen bei euch hervorrufen aber womit verbindet ihr diese bewegung in der pose ist dir gut ja alles bestens alles bestens ich werde nur nach nachsehen was im briefkasten ist hast du mit einer handel trainiert nein egal die beine haben auch keine kniegelenke sondern man kann sie nur an der hüfte drehen sehr gesunder bewegungsradius würde ich das nennen das ist ja auch noch alles scharfkantig also die figur ist wirklich grottig und hat wie gesagt auch nichts mit klemmerstein zu tun es ist auf jeden fall ein fall für den müll und ich hätte auch nicht gedacht dass ich sowas mal auf dem kanal wir nennen es mal review ich hoffe jetzt kommt noch etwas klemmerstein artiges raus und das doofe ist diese komische figur hat auch schon einiges an gewicht also bin ich mal gespannt ob wir auch nur annähernd ein kilo klemmerstein am ende im paket haben nun denn viel spaß auf der halde schade um die ressourcen die dafür verschwendet wurden ich muss zugeben ich habe jetzt ein wenig angst hier wieder rein zu greifen aber hier ist auf jeden fall etwas größeres was auch klemmerstein sein könnten und hier oben liegt etwas das sieht mir aus wie eine anleitung es ist auch eine anleitung a19070 komplett schwarz gehalten kein hersteller vermerkt ich mache die anleitung mal noch nicht auf aber das sieht mir sehr nach einem fake aus leider und anscheinend ist der rest in dieser mystery box tatsächlich eine große tüte und wir haben schon ein paar steine dabei also das könnte mit einem kilo mit der figur vielleicht hinkommen wir werden das aus spaß dann noch mal abwiegen obwohl die figur auch nicht in klemmerstein zählt also wäre es so und so echt nicht schön und ich sehe hier etwas durchschimmern was mich leider daran zweifeln ist ob es sich hier nicht wirklich um einen fake handelt ich würde sagen wir holen uns mal die figurentüte einzeln raus es muss sich auf jeden fall noch eine tüte mit figuren hier drin befinden aber ich glaube spätestens jetzt ist allen klar hier haben wir leider einen eins zu eins fake mit eins zu eins fake figuren aus dem harry potter franchise und ich kann mir auch schon grob vorstellen um welches set es hier geht aber das werden wir denke ich gleich in der anleitung zu 100 prozent klären können und jetzt kommt der moment der wahrheit an dem ich realisieren werde dass ich hier leider komplett ins klo gegriffen habe wie das so oft mit mystery boxen leider der fall ist ich habe das auch nur bestellt um das hier auf dem kanal mal zu zeigen sonst für mich privat hätte ich das nie bestellt weil sowas eigentlich immer schief geht und man bei mystery boxen zu 99 prozent der verlierer sein wird jetzt machen wir auf jeden fall die anleitung mal auf und wir sehen hier natürlich fake figuren wir sehen fake sticker und es zumindest ein haus eines bekannten dänischen sets und wenn wir bis zum ende umklappen sehen wir hier wurde einfach aus zwei anleitungen eine fake anleitung erstellt denn hier haben wir auch das zweite haus dieses bekannten dänischen sets denn es handelt sich hier um eine eins zu eins kopie der 76388 dem besuch in hox made natürlich ohne lizenz und ohne erlaubnis des dänischen herstellers lego hat ja das original also das ist schon wirklich eine richtig bittere sache irgendwo selber schuld aber hey ich habe es jetzt mal für euch getestet und habe jetzt für 25 euro fake figuren die ich vernichten werde und steine die ich noch irgendwo anders weiter verwenden werde denn die steine an sich haben ja jetzt kein urheberrecht aber das set wie in der dänischen version bauen werde ich nicht weil ich punkt eins im harry potter thema sowieso nicht so tief drin bin und ich mir dieses set auch vom dänischen original sonst nicht geholt hätte ich überlege mir jetzt auf jeden fall was ich mit diesen sachen hier anstelle und vielleicht schneide ich da jetzt gleich noch etwas ins video ein aus der not eine tugend machen das ist doch ganz wichtig und sich vor allem nicht die gute laune verderben lassen und deshalb habe ich auf rebrickable geschaut und habe dort zwei mocks gefunden die mir sehr gut gefallen zu diesem set bei dem man auch nur die teile des originals benötigt beziehungsweise eben jetzt von dieser kopie und zwar haben wir da einmal ein mock von brickwood creations und ein mock von little thomas ich finde beide sehr sehr schön blend euch auch einmal beide ein und ich glaube ich werde das mock von little thomas bauen beide mocks sind übrigens kostenfrei also schon mal riesen riesen respekt dafür dass ihr euch die mühe gemacht habt dort anleitungen zu machen und das ganze dann sogar kostenfrei zur verfügung zu stellen dafür einen großen daumen nach oben und ich freue mich schon sehr darauf dann das mock von little thomas zu bauen das gefällt mir noch mal optisch ein wenig mehr und damit haben wir doch einen guten verwendungszweck für dieses fake set ohne das ganze wirklich als fake zu benutzen die figuren werde ich wie gesagt entsorgen genau wie diese komische bust lightyear figur die schon weg geflogen ist und so können wir dann die steine die ja nichts dafür können dass sie so entfremdet werden noch einem guten verwendungszweck zu führen und ganz davon abgesehen muss ich sagen auch wenn ich mich trotzdem veräppelt fühle weil es wie gesagt keine fakes sein sollten und punkt zwei auch diese bust lightyear figur hier noch drin war und überhaupt nichts mit klemmersteinen zu tun hatte und das ganze auch nicht ein kilo wiegt die steine an sich wiegen nur 750 gramm aber sei es drum dieses fake set habe ich mal recherchiert kostet sonst auch um die 25 bis 27 euro aus china wenn man es direkt kaufen möchte deshalb fühlt man sich zwar veräppelt aber es ist keine totale katastrophe und wir haben noch etwas positives daraus weil wir uns ein schönes mock anschauen können wenn ich natürlich dieses video der etwas anderen art gefallen hat dann lasst wie immer gerne einen daumen nach oben und ein abo daumen in zukunft nichts mehr zu verpassen als nächstes schauen wir uns das mock von little thomas an am samstag wird dann dieses video kommen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick